Ich gehe mit der Zeit und dem Fortschritt. Um eine neue Haut zu enthüllen, habe ich Plenitude Xella 3 mit Fruchtsäuren entdeckt. Die Innovation von L'Oreal. Die drei Fruchtsäuren von Xella 3 enthüllen eine neue Haut. Der Komplex Vitamin E plus Melanin bekämpft vorzeitige Hautalterung. Der UV-Filter schützt vor UV-Strahlen. Das Ergebnis, bis zu 54% glattere Haut, bis zu 71% strahlenderer Tamm. Noch nie sah meine Haut so jung aus. Neu Plenitude Xella 3 von L'Oreal verzögert die Folgen des Älterwerdens der Haut.